Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir sind hier immer noch in Löwenstein und werden als erstes erstmal hier weggehen. Weil Löwenstein brauchen wir nicht. Wir wollten... Was wollten wir denn überhaupt? Wo wollten wir denn überhaupt hin? Achja, wir waren ja hier bei den Zombies. Also hier bei der Brücke. Dann gehen wir da auch wieder hin zurück. Das sieht wertvoll aus. Ja, das sieht wertvoll aus. Ganz stimmt. Was haben wir denn da drinne? Oh ja, dann reisen wir da jetzt hin. Dum dum dum. Okidoki. So, dann sind wir da auch angekommen. Wir werden erstmal alles aufbauen lassen. Okidoki. Dann schauen wir mal ganz kurz, was wir jetzt da drin hatten. Okay. So, hier. Schluck. Schluck. Du kleines Biest. Da ist die Wende in der Nähe. Ok. Ne, wir wollen erstmal hier den Heldenpunkt holen. Oder wollen es zumindest versuchen. La, Heldenpunkt. Da ist er. Die Stimme, sanft wie Blätter im Wind, spricht zu euch. Es ist euch nicht erlaubt, diesen Samenschaden zuzufügen. Wenn ihr euch entscheidet zu bleiben, wird eure Stärke geprüft werden. Ja, ich bin bereit. Komm. Kommst du. Wo bist du? Ach du meine Güte. Wieso zwei? Oh nein. Nö. Das ist doof. Warum nicht so viele? Aua. 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 Ich schaue doch mal auf. Okay, dann müssen wir erstmal die Kleinen weghauen hier. Und. Bäm. Hau, hau. Nö, nicht mich hauen. Nicht mich hauen. Uah. Mann. Ich bin die ganze Zeit gestunt. Ich kann nichts machen. Das ist völlig... Tuff. Die wollen mir hauen. Das finde ich blöd. Oh. Jetzt haue ich zurück. Archibolt. Nein. Geh weg. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Geh weg. Hopp. Oh. Der trifft mich trotzdem. Wie weit muss ich denn noch weg? Dann haut er mir ein paar. Aus. Er öffnet hoch. Hund einer. Bildkatze. Oder so. Keine Ahnung. Okay. Dann haben wir den Punkt schon mal erreicht. Kann man jetzt hier oben mal hingehen? Weil hier haben wir auch ein Herzchen. Level 27. Ach komm, das schaffen wir. Schaffen wir. Kein Ding. Aber zuerst nehmen wir den Baum mit. Schlag den Baum. Hau ihn um. Dann haben wir hier irgendwo noch eine Pflanze. Wo ist denn hier die Pflanze? Ja, das ist die Pflanze. Nehmen wir die auch mit. Ah, Zwiebeln. Jetzt sind Zwiebeln. Aufgeriebeln mit den Zwiebeln. Oh, die sind ja alle tot. Beschafft ein Medizinkit aus dem Feldlazaretten in der Nähe von der Nebo-Terrasse. Was willst du denn von mir? Hey du, bleib mal stehen. Mach doch weiter, dann weiter. Schau auf zu kämpfen. Und bam. Oh je. Nein. Wir sehen ganz schön viele. Ähm. Uau, 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 uau. Böse Menschen. Plus, jetzt falle nicht um, du. Drecksvieh. Aua. Cool. Ja, ein bisschen Hilfe. Adrenalin steigt an. Toll. Zisch. Sind sie alle weggerannt? Di, 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 di. Ja, war's gut. Okay, machen wir das halt so. Level 30 ist natürlich schon ein bisschen heftig. Ich treff die auch kaum. Aber die treffen mich. Oh. Ich muss ja weg. Alter. Was ist denn hier los? Ähm. Okay. Ich glaube, hier komme ich nicht wieder raus. Da hätte ich vielleicht nicht... ...reinrennen sollen. Ja, schleudern mich raus. Oh, toll. Oh je, oh je. Das waren ja ganz schön viele. So. 1 bis 18. 100. Boah. Schaffen wir. Problem ist nur, dass ich vom Level her noch nicht hoch genug bin. Welches Level habe ich denn jetzt? 25. Und das sind... ...level 30. ...kreaturen. Das sind 5 Level. Vielleicht sollte ich doch erst in ein anderes Gebiet gehen. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Boah. Ist ja ganz schön wild. Okay. Naja, zumindest haben wir... ...sie... ...vertrieben. In Anführungsstrichen. Dann steh mal wieder auf. So kann es doch nicht sein. So. Okay. Aber ich glaube, wir haben dieses Event verloren. Naja, gut. Wir haben hier noch... ...den Bautzy auf. Und wir haben den Punkt. Stufe 31. Weiß nicht. Nee, das ist so, als wenn ich Schaden machen würde. Vielleicht. Unter Umständen. Nebo-Terrasse. Aber wir müssen das hier halten, wa? Na gut, dann halten wir das. Dann kommt mal hier rein. Umso mehr wir sind, umso schneller halten wir es. Und... Unser. Wir haben die Stadt gehalten. Haha, sagt er. Dann hauen wir den einmal um. Dann haben wir sogar ein paar Sachen gekriegt. Eine neue Axt. Eine andere Axt. Stufe 26. Die ist besser. Dann halten wir die doch mal. Was haben wir hier noch drin? Dieser Stab. Lettwick. Okay. Dann müssen wir jetzt hier draußen... Dann müssen wir noch... Küppelschnitzen. Ähm. So ein Midi-Kit sollen wir irgendwo herholen. Wenn die Centauren angreifen. Ach so. Vielleicht sollte ich erst einmal kurz retten. Das ist bestimmt besser. Wollen wir denn hier den... Gut zu hören. Was? Weiter machen, Soldat. Weiter machen, Soldat. Was für ein Level? Wie sind denn unsere Waffen überhaupt? 20. 18. 18. Ja, gut. Nicht das Beste, würde ich sagen. Nicht das Beste. Okay. Medizin-Kits sollen wir hier nehmen. Genau. Und dann sollen wir die... Nein. Nein. Ich will die doch retten. Okay. Die können wir nicht retten. Oh, wie sollen irgendwelche Leute rumliegen? Gucken wir mal. Bing. Wo wir... ...verletzte Menschen finden. Okay. Das ist schon so weit weg. Tütütütütütütütütütütütütütütütütüt. Oder meinen die die hier vorne? Hm. Okay. Dann machen wir erst einmal hier mit. ich fühle mich stark ich hasse diese begleitaufträge ich höre schon hinter jedem busch das klappern und zwar hinter uns immer mitten rein statt nur dabei los zu töten steigt so was will ich von mir hopp geh weg von mir geh weg von mir ok hier haben wir noch einen Hut das nehmen wir noch mit ok kommen wir jetzt zu dem auftrag die leute hier aufzuheben wo auch immer die sein sollen bogenschütze da sind aber auch alle ganz schön hoch die viecher hier vom level halt um hey du ich bin mit leib und seele da ich heile dir doch mal stehen nein meldet alles verdächtige treiben ich melde alles treiben so beleben wir den wieder hallo walt hat er schenke euch kraft dann schauen wir mal dass wir den hier drüben sollst du verschwinden ich hasse es ich hasse jetzt mal einen auf die nase du au für deine frechheit mich anzugreifen katze hm hübsch ich hasse diese viecher ne die sind immer hochzuck weg und man hat keine chance die dann noch zu treffen haben wir den hier irgendwo noch seerhafen seerhafen da ist noch so ein vieh ja da unten war noch so ein vieh ach kommt schon du biest oh ich will den doch nur töten da ist noch einer da ist noch einer da ist noch einer komm du xvi haha erwischt 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 dank eures einflusses ist der nebo ist die nebo terrasse nun ein viel freundlicher ort die rettung jener seerhafen aus den blutfeldern hat vielen familien großen kummer erspart ihr seid die große inspiration für uns alle habt dank für eure hilfe bitte bitte ok das sind die haben wir oben noch level 28 na huap wir haben hier einen aussichtspunkt gesehen habe ich gerade gesehen Da müssen wir erstmal hin. Ja, echt. Voll widerlich. Müssen wir erstmal hin. Die sind nicht wie wir. Die können wir töten. Ich will meine Familie zurück. Armes Mädchen. Aber wir wollen jetzt erstmal hier hoch. Für den... Ausgangspunkt, ach da. Ein hübsches Dörflein. Hart umkämpft. Immer und immer wieder. Okay. Ich dachte ja. Okay. Haben wir hier noch... was zu verkaufen? Oder wir haben hier noch erstmal ein paar Beutelchen. Hose 26. Das können wir noch alles auseinander nehmen. Und dann... kaufen wir den Schrott. Nehmen wir das zusammen. Fertig. Okay. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Nein. Nein. Ich will nur schauen... Oh, das nächste Herz... Ach, da ist noch ein Herzchen. 29. 28. Ja, wir sollten erstmal woanders hingehen, würde ich sagen. Suchen wir uns ein anderes Örtchen. 15 bis 25. Hier könnten wir zum Beispiel hin. Ähm. Obwohl... Wir sollten irgendwo hingehen. Wo ich jetzt mit meinem Wächter vor kurzem auch nicht war. Ja, wir sollten jetzt mit meinem Wächter vor kurzem auch nicht 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 vor